Entschuldigung, kurzes Interview! Wie finden Sie die Band? Der Hütchensalat! Hypersalat! Ist die echt so gut, oder was? Timmy möchte übrigens... Die sind der Wahnsinn! Die sind der Wahnsinn, ja? Aber ich hab gehört, unser Bassist spielt noch Playback! Unser Bassist spielt noch Playback! Ja! Ja! bab Die 1 Bewerper Die 2 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018